So, die letzte Folge für heute. Folge 21 schon ne? Uiuiuiui. Ich glaube, die zwei hätten derzeit schon durch. Kann man mal machen auf jeden Fall. Wir fragen, wie ich hier wieder rauskomme. Aha. Ich kann mal gucken, ob da noch irgendwas markiert ist auf der Map, aber nee, das sieht alles abgefrühstückt aus. Ja cool, das lief ja eigentlich ganz gut, das Labyrinth. Die Hunde sind halt echt übel. Walsch das da. Aber wofür ist die Ziege da gut? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Schade. Jetzt sind wir nicht öffnen, hier ist eine Kerbe. Schauen wir ein. Okay. Okay. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. A bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You. Working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? Why are you here? Why did you show up like this? Huh. See you around. Ada! Wesker. Wesker. Is greeting you. Okay. Äh. Speichern. You. Pew, 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 pew. Schick. Okay. Äh. Dann würde ich sagen, was ist das mit dem Stream? Zweieinhalb Minuten Folge kann man ja eigentlich mal bringen, fände ich. So zur Abwechslung. Ey. Ah, mein Ohr juckt unter meinem Kopfhörer. Juck. Mh, hm, 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 hm. Wir pennten hier. Oh. Keine Challenge, ne? Ne, schade. Ist eigentlich ganz cool. Ich will nochmal Krotkorken kriegen. Eigentlich ganz nett. Was? Jagdgewehr Munition? ist es denn das ist ja eigentlich wieder für meine richtige jene für die hier mit dieser einfach absolut unsauberen animation da macht ja nichts so schlimm okay warte mal ich hab noch ich behalte die auf jeden fall im inventar gut die kann ich alle verkaufen was bringt viel geil welcome den p-moni brauche ich nicht dann kann aber immer noch viele sonst geht es eigentlich ist auch nicht so recht ich bin eigentlich mit meiner waffen kombination so gerade ganz zufrieden immer es funktioniert ich habe eigentlich immer genug money also es war ein bisschen brenzlig zwischendurch aber eigentlich geht es ich würde gar nicht mal sagen dass ich mir jetzt hier dicke schrotze noch hier holen muss oder so große distanz ist ja auch ja geil aber da ist die auf nahkampf besser schätze ich mal die benutze ich eigentlich auch nur so im notfeld wenn jemand direkt auf mich zurennt von daher ist vielleicht gar nicht so verkehrt kann ich mir mal wieder so ein ding kaufen äh ne kamen werfen auf der einen seite finde ich es ja ganz nett dass man so viel kram kaufen kann auch in anderen spielen aber ich finde es dann immer so weißt du denk mir dann so oh ähm yo das ist doch so viel kram das äh so viel waffen die kann ich mir doch gar nicht alle kaufen und gar nicht alle benutzen das braucht man noch alles gar nicht ich habe das gefühl ich bin ja spielfalt an dem perl und rupin reich wird sich aber das in den spiegel ok da kann ich nichts mit kombinieren oder so ne kann ich den eigentlich auch noch verkaufen schön dass ich einfach direkt hier den schrank ausnehmen und dann direkt bei ihm verkaufe und dann checkt es nicht ja kann ich ja 12.000 das kann ich verkaufen jetzt werde ich hab so viel geld ne gefühlt kriege alles hin weibel eindringling es scheint ein weiblicher eindringling unter uns zu sein wahrscheinlich gehört sie zu seda wir glauben auch dass sie es war die das indizierte ei vor dem schlüpfen des parasiten auf seda entfernte und ihnen vor dem eintreffen des armys die probe stehen ließ sie ist eindeutig auf die probe aus wir müssen sie finden bevor sie zu seda kontakt aufnimmt bestimmt arbeitet sie in jemandem auftrag wir brauchen sie lebend um sie zu befragen sie müsste alle unsere fragen beantworten können wenn wir sie haben müssen wir uns um seda keine sorgen mehr machen wenn wir die probe wieder bekommen kannst du ihn beseitigen okay den schrank konnte ich den ausnehmen hab ich sogar schon oh ich kann sogar noch mal speichern nach all den eskapaden gerade meistens direkt vor oder nach dem automatischen speichern des kapitels einfach ja nochmal ein speicherpunkt ist oder das direkt davor das morgen arbeiten das ist schon spät schlaf gut bis nächste woche ok gute nacht schlaf gut bis denn wie gesagt ich bin ja auch hier ne ich bin auch bin ja quasi auch fast fertig ne in der knappen viertelstunde ist ja auch die letzte Folge für heute achso ne übrigens ich werde jetzt wahrscheinlich meine heute gestern heute gestern gestern hatte ich ja doch spontan was vor aber ich werde jetzt ab nächster woche wahrscheinlich dann ich hoffe nicht dass wieder was davor schon kommt werde ich dann doch ab mittwoch streamen weil ähm ja wie habe ich eigentlich letztes mal schon gesagt mit Kino und so weil Donnerstag ist immer äh bei dem Kino hier die Sondervorstellung die dann in Originalsprache läuft und das finden wir krassen Filme das sind natürlich alle ganz cool und deswegen äh gehen wir da wahrscheinlich öfter Donnerstags ins Kino wenn dann und das ist ja dann immer ein bisschen blöd also habe ich das eben noch nicht geprüft ich bin mir gar nicht sicher dementsprechend würde ich es dann wahrscheinlich ab dann machen achja mit Brot beginnt das mal eines Lebens äh 19 Uhr oder? oder passt ihr 19 Uhr oder 30 besser? weil dann kann ich das auch dann bisher für die verbleibenden Jahre ich hatte 19 Uhr geplant das ist dann auch ganz geil weil dann bin ich nämlich erst um kurz nach 18 Uhr wahrscheinlich zu Hause und dann verplemper ich nicht so viel Zeit weißt du so so wo wo man nichts halten ist ganz machen kann komm ich nach Hause vielleicht was zu essen wo ich dann wahrscheinlich irgendwie vorher woanders essen gehe ein letzter Schluck und die Flasche bricht verwandelt uns zu dem Staub aus dem wir kabeln und dann ähm jo oh äh ok mir ist 19 Uhr lieber da kann man früher schlafen gehen ok stimmt hast ja gesagt du musst Donnerstag früh aufstehen ne ähm geht da gleich an die Klingel keine Sorge ja dann gehe ich noch raus im Jahr wenn man vielleicht was zu essen und dann kann ja schon anfangen das ist ganz praktisch ist vor allem gut da ich doch das haxe ja früh raus müssen raus müssen genau ähm ok aha das habe ich nicht so ganz verstanden aber ok weißt du das jetzt geöffnet nach hier einfach oh nooo oh nein 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 oder sieh den nicht ne ich muss ihn schon irgendwie von hinten treffen aua ey zen like this oh äh jaaa nehmen wir erstmal das hier nehmen wir erstmal das hier muss mich erstmal den ganzen nooo hey 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 scheinlich muss ich echt hier ne scheinlich muss ich echt hier ne ich bin hier machen irgendwie langsam hier rumschleichen aber das geht irgendwie nicht das ist doch das ist doch nervig ähh oh nooo oh nooo wäre doch voll geil wenn ich einfach mal das ist doch ach ich muss doch das hier verursachen aber der 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 auch die 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 Moment! Hey! Scheiße, ich sterbe. Nein! Hätte ich nicht daneben geschossen. Hätte ich nicht daneben geschossen. Ei, 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 ei. Yo, what? Ach man, das ist ja wieder Friebelkram hier. Danke fucking schön. Ihr macht jetzt auch mal einen Abflug da draußen. Reicht dann auch mal mit euch hier. Du auch. Oh, du müsstest mich eigentlich rauslassen. Oh, ist mir egal. Alter. Ah. Scheint nicht zu funktionieren. Oh doch. Meine Güte. Das war doch mal lustig. War lustig doch. Ich war stressig, weil ich echt keinen Plan hatte, wie man das klug anstellt. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe zwar ein bisschen gelitten dabei und ein bisschen Schmerzen gehabt, aber sonst geht es mir ganz gut. So, Karte, sagst du? Ja, okay. Äh, was ist denn hier? So, alles gut. Oder nicht? Da in den roten Raum kann ich scheinbar jetzt eh nicht mehr. Wo war denn das Labyrinth hier? Ah, da. Achso. Moment. Oh, mein Gott. Habe ich da was übersehen? Oder wie funktioniert das hier? Äh, ich bin grad sowieso noch ein bisschen am überlegen. Egal. Okay. Warte mal. Äh. Hier sind ein paar Türen auf jeden Fall. Ah. So. Magnum Munition. Oh. 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 Wirre ich irgendwie noch nicht lang. Südwecks하세요 nicht in einem Raum. Ja. Deswegen. Genau. Ich hatte auch noch einen Kopf. Achso. Das ist der. Ah, okay. Waren ich gerade, ob es... Klüger gewesen wäre, erstmal spechern zu gehen. Wo geht es? Ich hab gerade, ne? Rache Lebt die noch? Ne Ha, wieder ein Ei Scheitert nicht so schnell, weißt du? Das ist eine Schlange und ich so Oh Gott, okay, Messer ziehen und dann hat sie mich schon Böse Er setzt das Ei, deswegen Off Off Das ist auf jeden Fall interessant hier alles Wo kann ich hierbei lang? Mhm Aber da bin ich doch schon mal irgendwann lang gegangen eigentlich, ne? Naja, hier war der Gang für Arme Aber das ist ja eine rote Tür, ne? Aber, oder hab ich jetzt irgendwas, wo ich das vielleicht einsetzen kann oder so? Warum kann ich hier nochmal zurückgehen, so ohne Probleme? Muss ich nochmal kurz untersuchen War das die Tür? Achso, ach, das war das Mein Gott Ja, komm, wir gehen hier lang Badet mit Ashley, die ich dann brauche Oh, ich hab gespoilert, tut mir leid Gut, hab ich das auch verstanden? Oh, wir haben ja schon 17 Minuten, Mensch Das ist ja Passend, möchte ich behaupten So, warum war ich damals nicht dann in dieser Tür drin? War die damals zu noch? Moment Äh Hier bin ich straight hier lang gegangen Vielleicht war das irgendwie von der anderen Seite zu oder so Achso, da war ja auch ein Schloss dran, ne? Stimmt Ah, mein Gott Manchmal, ne? Manchmal Da Kannst du auch bei mir vergessen? Sieht so aus, wenn ich das runterballern könnte Achso, da oben aber bestimmt, oder? Äh Ja, mir ist es selber aufgefallen Okay Cool, können wir nochmal klingen? Nö Ring for sex Hm Jo, da können wir jetzt eigentlich einen Raumwechsel machen Nennen wir glaube ich auch ein Speicher-Dings, ne? Speicher-Gerät Ja, da hinten gleich, oder? Machen wir das noch? Machen wir noch Das machen wir noch Ach Vielleicht auch nicht Moin Ich hab ja wieder Money dafür, ne? Moin Gola's low, Gola's low Will ich dich noch mal Ähm What the fuck? Moin Moment. Wäre lustig. Also doch. Es sah ein bisschen anders aus. Aber was ist hier los, Leute? Moin. Oh, ist Chaos Map hier? Ich muss das hinmachen, ich will speichern. Und streamban. Na dann. Ah, ja. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Oh. Nope. Scheiße. Moin. Oh. Na klar, dass da was rauskommt. Oh. Okay, äh. Aber schön den Raum noch untersuchen. Okay. Boah, komm da jetzt mal. Okay, das reicht mir jetzt. Ah, ne. Habe ich dafür noch was? Ja. Sag mal. Was wird das, wenn's fertig ist? Dankeschön. So. Boah. Von wo war draus? Nein. Ist da was gedroppt? Nein. Dämliche Tür da. Uiuiuiui. Moment. Uiuiuiui. Fiese Sache. Egal. Aber wo ist denn hier noch was, bitte? Oh. Oh mein Gott. So viel Munition. Das ist ja schön. Hat andere Dinge da? Weiß ich nicht, was das sein soll. Kann das echt nicht nehmen. Doch, jetzt. Shit. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich den... Wop. Mitnehmen will. Aber gut, wahrscheinlich schon, ne? Pff. Wahrscheinlich will ich das schon. Aber kann ich noch nicht. Gib mir mal einen Tipp, wie ich das am besten mache. Soll ich wirklich jetzt die Granaten wegschmeißen hier oder so? Oder soll ich das erstmal liegen lassen? Oder wie machen wir das? Sollst du... Sollst du hier gut für eine passende Gelegenheit aufheben? Also auch da liegen lassen? Okay. Ähm. Oder trotzdem mitnehmen. Du musst den halt mitnehmen. Kannst dir ein paar Granaten verkaufen. Achso, ich muss den sogar mitnehmen. Ja, verkaufen. Pff. Ich hab keinen Bock zum Händler zu rennen. Ich will jetzt auch den Stream beenden. Leg die einfach weg. Die Granaten. Die braucht ja kein Mensch. Beziehungsweise, bist du dann mal wieder Vögel gekommen? Dann hab ich vielleicht sogar schon neue. Dann sind auch viel zu viele, ey. Kommt jetzt direkt. Gerade dann, 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 dann. Nee, das macht ja auch keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Äh. Sind die dich letztes Mal dann auch... Ach, die sind ganz weg. Waren die dich letztes Mal dann auch auf dem Boden danach? Hm. Egal. Ja, gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine... Pff. Ne? Äh. Nicht ablegen, sollte ich. Nein. Äh. Ich will gucken, ob das schon reicht. Das könnte mir schon reichen hier vom Platz. Ich meine... Es ist egal. Mein Gott. Ich benutze nie Granaten. Hm. Ich weiß nicht, ob es schon reicht. So. Das hat auf jeden Fall Platz für. Dann ist jetzt 3 hoch oder so. Ne, ist ja nicht. Sehr schön. Ich dachte eigentlich echt, die würden dann... Irgendwie landen, so. Weißt du, das... Wo ist das jetzt? Ist das gar nicht mehr kombiniert jetzt, ne? Ne. Hä? Ach, keine Ahnung. Pff. So. Die Folge ist echt viel überlang, ne? Jetzt aber schnell speichern. Jetzt kann ich aber quasi nichts mehr mitnehmen. Ist doch voll ätzend. Okay. Ist immer ein Speicherpunkt. Ich hoffe, es ist kein Fake-Speicherpunkt, weil der irgendwie so komisch aussieht hier. Ah. Got some rare things on safe. What are you selling? Ich müsste nur den Koffer... Ach, ja, stimmt. Ja... Is that all? Hehehehe. Thank you. Is that all? Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Hehehehe. Hehehe. Hehehehe. Hehehehe. Thank you. Oh, sehr schön. XL. Gibt's da noch XXL und XXL und... Was weiß ich? Vielleicht. Ich geh jetzt speichern und band ihn in den Stream. Äh... Ja. Kann ich jetzt ruhigen Gewissens, glaube ich. Cool. Gut. Das war jetzt noch ein bisschen länger. Aber... Ist ja nicht schlimm. Ähm... Yo. Dann sag ich mal danke für's zu sehen. Jetzt kannst du wieder plündern. Ja. Ein bisschen zumindest. Dann ist... Amenhotep. Äh, ja. Dann... Wie ich sag, ich bin jetzt im Stream. Danke fürs zu sehen. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch. Vermutlich. Setzt mir jetzt erstmal so an. Wenn nicht, dann... Dann können die es irgendwie wieder an. Das... Jubelaises ist jetzt... So, ne? Ist schwierig. Ich bin jetzt Student. Hab manchmal was zu tun. Und das ist auch ein bisschen wichtiger. Gut. Äh... Ja. Dann bis nächste Woche, ne? Tschüss. Tschüss.